Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück aus meiner Sendezentrale. In dieser Folge habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem Smartphone, mit ganz einfachen Mitteln, ein bisschen Lichtsetzung, ein bisschen Bearbeitung, aus solchen Bildern, das hier macht. Viel Spaß dabei. Ganz ehrlich Freunde, ich habe meine große Kamera auch nicht ständig mit dabei. Das Ding ist einfach viel zu riesig, als dass ich mir den Klopper jedes Mal über die Schulter werfe, von A nach B damit dacke, um irgendwelche Fotos zu machen. Was ich allerdings immer mit dabei habe, ist mein Handy. Denn beim Fotografieren geht es darum, Momente festzuhalten, Momente, die euch bewegen. Und dafür braucht man nicht immer die krasseste Technik, zumal heutzutage die Geräte einfach alle wahnsinnig gut sind. Der Dynamikumfang der Sensoren wird besser, die Megapixelzahlen gehen in die Höhe, die Komprimierungsmethoden werden wesentlich sauberer. Aber beim Fotografieren ist das gar nicht so essentiell. Beim Fotografieren geht es eher darum, dass man Licht versteht, wie man Licht richtig einsetzt, dass man sich mit Bildkomposition beschäftigt, wie man ein Bild vernünftig aufbauen kann, neue Perspektiven schafft und dann kann man mit jedem Gerät schlussendlich gute Fotos machen. Was ich zum Beispiel ganz gern mache, ist mir ein kleines Fotostudio aufbauen. Und falls ihr euch jetzt fragt, Olli, ich habe gar keinen Platz für ein Studio, dann hört mir richtig zu, ich meine ja kleines und mit klein meine ich richtig klein. In meinem Fall stelle ich mir tatsächlich in den hellsten Raum meiner Wohnung, das ist bei mir das Wohnzimmer, direkt ans Fenster, einen Hocker. Als nächstes kümmere ich mich um den Hintergrund, ein alter Koffer vom Flohmarkt. Als nächstes ziehe ich den Vorhang zu. Zum einen, um die Kontraste ein bisschen rauszunehmen und zum anderen, dass das Licht ein bisschen gleichmäßiger verteilt wird und einfach weicher auf mein Objekt scheint. Habe ich die drei Sachen gemacht, versuche ich noch, die andere Seite, die ja ein bisschen zu kurz kommt, zum Rauminneren hin, mit einem Reflektor aufzuhellen. Ihr braucht dafür auch keinen Reflektor nehmen, sondern es reicht eine Styroporplatte, ein weißes Bettlaken, irgendwas, was hell ist und das Licht vom Fenster schlussendlich reflektiert. Und schon habt ihr euer eigenes kleines Fotostudio aufgebaut. Und da mir gerade wahnsinnig der Magen knurrt, ich einen Schluck trinken muss, weil ich mir schon wieder den Mund fusselig rede, kochen wir uns gemeinsam was Feines, was wir dann fotografieren. So Freunde, und hier haben wir einmal den fertigen Fertig. Das fertige Bild direkt auf dem Handy und es sieht schon auf dem Handy super gut aus, weil es einfach schön ausgeleuchtet ist. Das Ganze ist auch richtig scharf. Wie gesagt, das Licht ist so wahnsinnig entscheidend, was die Schärfe angeht, Kontrastverhältnisse von eurem Foto. Der Vordergrund sieht interessant aus mit den Pfefferkörnern, die da liegen. Der Hintergrund durch den Koffer, den ich vom Flohmarkt habe, macht auch schon einiges her. Von der rechten Seite bekommt das Foto so ein ganz klein wenig diffuses Licht durch das Fenster, durch den Vorhang, von der linken Seite ebenfalls durch den Reflektor ein bisschen aufgehält. Und das Foto kann man eigentlich fast schon so veröffentlichen. Ich finde es super lecker, super ansprechend und ich würde am liebsten nochmal reinbeißen. Nichtsdestotrotz kann man das Foto noch ein bisschen optimieren und ich nutze dafür ganz gern folgende App und zwar Lightroom CC. Hier habt ihr einfach die Möglichkeit, Fotos hinzuzufügen. Die ganze App ist kostenlos und einfach nochmal ein paar Einstellungen vorzunehmen, um dem Foto so ein bisschen mehr Würze noch zu geben. Ich gehe da ganz gern in den Lichtbereich, ziehe den Kontrasten wenig nach oben, sodass das Ganze einfach ein bisschen mehr Sättigung bekommt, die Farben mehr nach oben poppen, die Lichter klein wenig nach oben schrauben, aber nicht übertreiben, weil man sieht schon, das Bann hier drüben ist relativ hell und nicht, dass es ausbrennt, muss man natürlich so ein bisschen für sich probieren. Die Tiefen ein wenig runterziehen, dadurch kommt der Burger einfach im vorderen Bereich noch mehr zur Geltung und sieht einfach super fresh aus. Wenn ich mir das jetzt mal anschaue, im Vorher-Nachher-Vergleich, habe ich schon ein paar Änderungen, die vorgenommen wurden. Das Bild sieht schon ganz gut aus und ich würde jetzt tatsächlich in den Effektbereich wechseln, die Klarheit noch ein gutes Stück nach oben schrauben. Und Klarheit ist einfach so ein Effekt, der lässt das Ganze noch schärfer aussehen. Es sieht einfach noch mehr nach einer Struktur aus, aber da sollte man es auch nicht übertreiben. Wirklich von Foto zu Foto mal ein bisschen rumprobieren, was sich für euer Foto anbietet, sodass ihr da das bestmögliche Ergebnis schlussendlich bekommt. Ich finde das schon ziemlich gut. Ich würde jetzt hier mit der Vignette vielleicht noch ein bisschen um den Burger gehen, die Rundheit nach oben drehen, dass das Ganze auch wirklich rund abgezeichnet wird. Und die weiche Kante nach oben setzen. Dadurch kriegt ihr die Vignette einfach mehr in den Mittelbereich. Und wenn ihr euch jetzt mal den Vorher-Nachher-Vergleich anschaut, dann sieht man schon, hat das Bild einfach wesentlich mehr Tiefe, wesentlich mehr Kontrast. Ich würde jetzt tatsächlich noch im Farbbereich in Richtung Mix gehen, mir die Farbe Blau auswählen und die Sättigung etwas nach unten schrauben. Dadurch wird hinten der Koffer einfach ein bisschen entsättigt. Und unsere Keyfarben, das Rot, das Grün, das Orange, das sticht einfach noch mehr hervor. Und wenn ich mir jetzt den Vorher-Nachher-Vergleich ansehe, sieht das einfach schon super lecker und super ansprechend aus. Das Bild kann man tatsächlich jetzt schon in den Aufnahmen speichern, maximal verfügbar. Dadurch wird das Foto in der bestmöglichen Qualität gespeichert. Und ihr seht jetzt auch das Vorher- und das Nachher-Bild direkt in euren Fotos gespeichert. Ich gehe dann meistens hin und sage, okay, ich möchte das Bild bei Instagram veröffentlichen, Foto hinzufügen. Dann wird auch schon das letzte Foto angewählt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, gleich nochmal ein paar Anpassungen vorzunehmen. Zum einen kann man jetzt sagen, okay, ich finde die Vignette vielleicht noch nicht ganz ausreichend. Ich würde die jetzt noch ein bisschen nach oben ziehen, sodass der Bürger einfach noch mehr hervorsticht. Und vielleicht im Looks-Bereich das Ganze einfach noch ein bisschen interessanter gestalten, dass das Ganze schärfer aussieht, bestätigen. Und schon kann ich das Foto rein theoretisch mit einem Beitrag veröffentlichen. Und das war es eigentlich auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass die Kamera gar nicht so wahnsinnig entscheidend ist. Egal, ob man eine Profikamera nutzt oder sogar das Smartphone. Es sind einfach andere Dinge, die viel, viel essentieller sind. Beschäftigt euch mit Bildkomposition, mit Bildaufbau. Wie kann ich Licht richtig einsetzen, um die Situation, die ich fotografieren möchte, bestmöglich auszuleuchten, sodass das Ganze auch interessant wird. Welche Stellschrauben muss ich in der Post-Production drehen, damit mein Bild noch mehr Pfiff bekommt. Und das war es eigentlich schon, der Weg zu den besseren Fotos. Jetzt habe ich hier alle Geheimnisse verraten und kriege nie wieder einen Job. Spaß beiseite. Ich habe noch viel mehr zu erzählen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Olli.